Ladies and Gentlemen, hier ist eure Überraschung kurz vor den World Title Matches. Randy Orton gegen Shawn Michaels 2 in einem Tables Match. Was ist denn hier passiert? Guck dir die ganzen Tische an! Und Michaels hat eine vernünftige Hose an! Das gibt's doch nicht! Das hat man Applaus verdient, finde ich. Und beim Neckbreaker. Und jetzt geht's los. Ja, meine lieben Freunde, denn es ist natürlich so, dass es gar nicht angehen kann, dass Randy Orton mit seiner Leistung und natürlich auch Shawn Michaels nicht auf der Karte steht. Und dieses Match gibt es deswegen noch einmal unter ganz bestimmten Regeln. Denn erstens mal ist es ein Tables Match. Das hat Randy Orton angekündigt, denn er möchte Shawn Michaels durch einen Tisch werfen und damit quasi in Half-Breaken. Doch einfach in Peace ist das. Sinn der Sache ist folgendes, nämlich dieses Match, meine lieben Freunde, ist jetzt offiziell ein Number-One-Contender-Match. Für den Sieger aus Kurt Angle gegen Chris Zero morgen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber doch heute Abend, aber ist egal. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich denke, wir werden das alle verstehen. Und der Sieger ist, meine lieben Freunde, wer seinen Gegner zuerst durch einen Tisch befördert. Er muss diese Aktion selbst vollführen, ansonsten zählt es nicht. Und da ist immer noch ein Sting-Fan in der ersten Reihe, in der zweiten. Wo, ich sehe nicht. You still got it, hat er gerade hochgehalten. Okay. Vielleicht meinte er aber auch Shawn Michaels. Ja, vielleicht. Aber wir wissen alle, dass Shawn Michaels das noch drauf hat. Oh ja, das haben wir spätestens gesehen, nachdem er unseren World-Jump besiegt hat und sich so auf jeden Fall eigentlich eine Titel-Chance erarbeitet hat. Sie haben es ja nicht geschafft, zusammen Kurt Angle und Chris Zero zu besiegen. Umso mehr Hass ist natürlich zwischen den beiden. Jetzt kannst du noch einer der beiden werden. Es gibt kein Pinfall und kein Submission. Wir haben immer noch nicht getippt, ne? Ach so, stimmt, ja. Ich sage natürlich Randy Orton. Ich sage natürlich Shawn Michaels. Und, also wie gesagt, kein Pinfall, kein Submission. Nee, ach, guck mal an. Aber es kann keine Aufgabe geben, meine Damen und Herren. Es muss die Entscheidung durch einen Tisch herbeigeführt werden. Und wir haben noch nie ein Table-Smatch in 2K15 gesehen. Das heißt, wir können euch nicht sagen, ob das von Anfang an eine gute oder schlechte Entscheidung war. Wir lassen uns überraschen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten mal was ausprobieren, quasi. Na, wir müssen es ja auch erst mal kennenlernen. Shawn Michaels, will er sich jetzt schon den ersten Tisch schnappen? Ja, das funktioniert. Saubär. Ja, und ab damit in den Ring und hinterher. Okay, und Orton erst mal raus. Randy Orton ist verbirrt. Es gibt keinen Referee, ja, es gibt gar... Oh, okay. Und jetzt AKO hat auf Nowhere da auf die Tischkante und der Tisch briecht durch mit Michaels Gehirn, wie bei Mortal Kombat. In der Mitte so durch und... Oh, oh, Tische. Möglich ist es. Shawn, get the table. Okay, der erste Tisch steht im Ring. Es muss nur ein Tisch kaputt gehen. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Da hätte er sich da ein bisschen gedreht. Da gäbe es nur ganz schnell ein Belly-to-Belly durch den Tisch. Sehe ich schon. Das Match hat nach drei Minuten ein Ende oder so, weil nach jeder Aktion der Tisch kaputt gehen kann oder so. Ich rechne auch damit, dass das Match nicht so lange gehen wird. Das ist ja okay. Das ist jetzt nur quasi... Ja, ein Schmankerl vor dem Main-Event, so ungefähr. Aber immerhin, das Match geht schon dreieinhalb Minuten und wir haben noch keine Entscheidung. Ich bin sehr froh. Ja, und die... Oh, mein Gott. Oh, oh, Michael. Alter, ehrlich. Ehrlich. Und damit haben wir, und es ist kein Scheiß, von den sechs Matches auf der Kart waren fünf mit Blut. Das ist Bad Blood, meine lieben Freunde. Unglaublich. Das sind die Leute mit den Handtüchern, die schnell weg, wisch es weg, wisch es weg, wisch es weg, gestaunt. Alter. Alter, Hauptsache, Michael ist Blut in jetzt schon wieder mit abgestaunen Schwein. Und geht voll in den Turnbuckle. Da haben sie sich doch was für ein Model Comet abgeguckt. Ja. Was genau meinst du jetzt? Das mit ihm in den Turnbuckle gehen? Nein, das mit dem Blut. Oh, was der Clothesline. Über das oberste Seil. Randy Orton hinterher. Auch draußen kann eine Entscheidung durch den Tisch herbeigeführt werden. Am besten irgendwie so oben von diesem blutstropfenden... Ach, schon Michaels Elbow durch drei Tische. Das wäre sehr, sehr geil. Das ist aber außer, wenn wir das spielen würden, nicht möglich. Richtig. Ich glaube, das ist auch so nicht möglich, weil man die Tische nicht stapeln kann. Okay, und Tisch kaputt. Aber nicht so, wie er sollte. Nee, nicht wirklich. Und harte Schläge. Also das Heartbreak-Kit hat sich hier noch nicht aufgegeben. Hallo, vielleicht geht das Match sogar richtig lange, weil die KI zu dumm ist. Der Tisch ist auch schon wieder weg. Vielleicht ist Tabels Match in dem Spiel gar nicht so kacke. Bisher bin ich auch erstaunt, dass sie recht viel Catch zeigen. Catch. Aber Michaels hat schon wieder Bock auf Tische. Hallo, Michaels blutet. Der hat immer Bock. Michaels Papa war auch Tischler. Weiß ich nicht. Aber Hickenbutton klingt wie ein Tischler. Die Hickenbutton-Schreinerei, ja, ja. Okay. Schon mal gesagt, richtig Bock. Ist natürlich ein ODQ-Match. Es ist alles erlaubt. Und, oh Gott, da stehen zwei Sachen jetzt scheiße da. Irgendeiner kracht da richtig böse drauf. Ja. Und Orton muss jetzt aufpassen. Nein. Wieder gekontert. Orton kontert das Ganze. Aber Schau, Michaels ist auch noch fit genug. Ja, die sind natürlich beide sehr fit noch im Match. Und, oh Gott, das Michaels nicht sieht, aber. Ein hin und her mit dem großen Tisch. Spannung. Und dann haut er ihm einfach. Jo, kipp ab. Alter. Oh, 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 oh. Bleib vor. Schmeiß sie mir selber auf den Tisch. Und Orton. Geht einfach weg. Nö, mit mir nicht. Bleib vor. Ohne Altschoß sag ich nix. So, Achtung. Und Konter. Jawohl. Und wieder der Kampf um das goldene Stück Holz. Das, meine lieben Freunde, ist der Kampf des Jahrhunderts. Scheiß auf Mayweather. Jawohl. Und dann soll er ihm einfach die Faust durch den Tisch gefühlt. Und Scharpshooter. Nein, wieder. Wieder nur dieser Inverted Figure for Leglock. Oh, 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 Achtung, ja. Oh, jetzt wird er ganz gefährlich bei der Ringtreppe. Michels will Orton aber auch den Tisch in den Magen rammen. Ja, und rennt in die völlig falsche Richtung dafür. Ja, oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Die sind immer noch zu fit. Ja, ist echt so. Oh, warm. Jetzt hat der Tisch sich mal kurz an den Orton angelehnt. Der ist erschöpft. Der Tisch ist erschöpft, meinst du? Ja, vom Dauer hin und her switchen, weißt du? Ja, ich glaube auch. So, jetzt steht der Tisch aber echt gut. Der Tisch steht echt gut. Gut. Orton schmeißt ihn jetzt auf. Oh, oh. Gibt es jetzt einen Arke oder einen Tisch? Oh Gott, was hat er vor? Was hat er vor? Was hat er vor? Oh, geht er aufs Torbückel? Da geht er aufs Torbückel? Da geht er aufs Torbückel? Nein, geht er nicht. Okay, Scharbrückel hat sich befreit. Befreit. Konnte sich gerade noch runterrollen. Aber Orton immer noch on top. Und wieder in Bau. Jawohl. Und wieder aufs Torbückel, oder? Klappt es jetzt? Nein. Oh, Michael, es ist wieder schneller. Ja, stell dir mal vor, du spielst jetzt gerade gegen Orton. Du kannst das Match nicht verlieren, weil Orton es nicht schafft. Oh, 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 oh. Das war's. What? Das war ein Suplex durch den Tisch. Oder? Ah, der hat abgeläutet? Also, ich sehe, ich höre ja keinen, ah, es ist vorbei. Nein. Michael, das war doch mit dem Suplex. Wie ist das denn physikalisch möglich gewesen? Er ist selber erst durch. Schau mal genau hin, der Tisch bricht. Der tritt unten nur den Fuß weg. Da und dann, bam. Auf den abgeknickten Tisch. Und er selber macht gar keinen Sinn. Das ist unmöglich. Schaffen Michaels. Oh mein Gott, der Heartbreak-Hit gewinnt. Und Orton ist geschlagen, aber immerhin von dem WWE-Superstar und nicht von dem Indy-Star. Ja. Carnage im Ring quasi. Ringtreppe, kaputter Tisch und Michaels. Unfassbar. Shawn Michaels schlägt Randy Orton dann auch in... Wow. Im Rematch der beiden ja quasi. Im Rematch. Es steht eigentlich zwischen den beiden 1 zu 1 jetzt. Eigentlich schon. Was das für Auswirkungen hat, das weiß keiner so genau. Auf jeden Fall schafft es Michaels. Ich war jetzt, also für das, was ich durch Tables eingestellt habe, ich habe es schlimmer erwartet. Und man muss das Ende natürlich jetzt so verkaufen, dass es ultra smart war, dass er mit dem Fuß ein Tischende umklappt, sodass sich der Tisch bewegt und er dann den Suplex durchsetzt. Also man muss natürlich hier wieder ein bisschen Fantasie benutzen, damit das richtig geil rüberkommt. Ansonsten ist es Fakt. Shawn Michaels hat sich seinen Ammon-Contender-Spot verdient. Und das hat er auch wirklich. Er hat den Champ geschlagen in einen unglaublich 18-minütigen Klassiker. Ja. Und jetzt auch noch Orton in seinem Rematch. Jetzt ist nur noch die Frage, auf wen wird er treffen? Auf Kurt Angle oder auf Chris Hero? Das erfahren wir morgen, ne? Ich wollte gerade sagen, morgen ist es Zeit für Chris Hero gegen Kurt Angle 2. Und auch da wird sehr viel Bad Blood sein, meine lieben Freunde. Schaut ihn euch an, den größten WWE-Wrestler aller Zeiten. Schaffen Michaels. Schaffen. Schaffen. So, wir schaffeln jetzt alle mal in die Pause und wir sehen uns morgen. Tschüss.